Im heutigen Video setzen uns mit den Basisregeln von No Return auseinander und schauen einmal ein bisschen genauer auf die erste Seite des Charakterbogens. Beginnen wir erst einmal mit einer Übersicht der Werte. Erstens die Attribute. Attribute sind insgesamt acht fundamentale Eigenschaften, die jedem intelligenten Lebewesen zuteil werden. Hierbei handelt es sich um Geschick, Stärke, Konstitution, Beweglichkeit, Wahrnehmung, Wissen, Charisma und Handwerk. Die Stufen der einzelnen Attribute werden bei der Charaktererschaffung für Generierungspunkte erworben und können im Spielverlauf für Erfahrungspunkte gesteigert werden. Dann kommen die Sonderattribute. Als sehr kleine Gruppe der Sonderattribute bezeichnen wir Adrenalin und Schmerztoleranz. Die Quellen von Adrenalin sind unabhängig von der gewählten Spezies des Charakters, wohingegen die Schmerztoleranz des Charakters mit Stufe 3 startet. Beide Werte können im Spielverlauf durch Erfahrungspunkte gesteigert werden. Eine Steigerung durch Generierungspunkte bei der Charaktererschaffung ist hingegen nicht möglich. Außerdem gibt es noch Elitefertigkeiten. Als Elitefertigkeiten bezeichnen wir besonders seltene und mächtige Fertigkeiten, die oftmals in den Bereichen der übernatürlichen Kräfte liegen. Meditation ist eine Elitefertigkeit, die dem Charakter über einen Style-Skill zur Verfügung gestellt wird. Es können auch Spezies den Zugriff auf Elitefertigkeiten erlauben und sie alle sind sowohl bei der Charaktererschaffung durch Generierungspunkte als auch im Spielverlauf durch Erfahrungspunkte zu steigern. Fertigkeiten? Die meisten Tätigkeiten, die ein Charakter durchführt, werden über Fertigkeiten in Kombination mit einem dazugehörigen Attribut durchgeführt. Fertigkeiten bestimmen mit ihrer Stufe hierbei detailliertes Können, das sich der Charakter im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Fertigkeiten mit ihren Stufen werden ebenfalls bei der Charaktererschaffung mit Generierungspunkten erworben und können im Spielverlauf durch Erfahrungspunkte gesteigert werden. Es gibt aber auch noch besondere Fertigkeiten. Einige Fertigkeiten heben sich besonders von den anderen ab, da sie keinen Attributen angehörig sind oder sie aus außergewöhnlichen Quellen stammen. Diese namensgebenden Umstände können biologische Eigenschaften des Körpers des Charakters sein oder andere Einflüsse. Besondere Fertigkeiten werden mit festen Werten bei der Charaktererschaffung oder im Spielverlauf des Charakters zugeteilt und können im Laufe des Spiels durch Erfahrungspunkte gesteigert werden. Außerdem gibt es noch die Style-Skills. Besonders außergewöhnliche Fähigkeiten bezeichnen wir als Style-Skills. Diese Style-Skills bezeichnen sich einerseits durch einzigartige Spielmechaniken und die Tatsache aus, dass sie Voraussetzungen an andere Werte wie Attribute, Fertigkeiten, andere Style-Skills und deren Stufen stellen, damit man sie erwerben darf. Bei der Charaktererschaffung können Style-Skills gegen Generierungspunkte erworben werden, wenn die beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Im Spielverlauf können Style-Skills unter gleicher Grundlage auch für Erfahrungspunkte erworben werden. Eine Steigerung von Style-Skills ist allerdings nicht möglich, wobei es allerdings Style-Skills gibt, die aufeinander aufbauen und die vorhergegangenen Regeln ergänzen. Außerdem gibt es noch Spezialwerte. Spezialwerte sind in der Regel alle aus fixen Quellen dem Charakter zugeteilt und ergeben sich maßgeblich aus der gewählten Spezies und weiteren Entscheidungen in der Charaktererschaffung oder gar im Spielverlauf. Auch ist es im Normalfall so, dass Spezialwerte weder bei der Charaktererschaffung mit Generierungspunkten noch im Spielverlauf mit Erfahrungspunkten gesteigert werden können. Zu den Spezialwerten gehören Trefferpunkte, Organismus, Psyche, Infektionsresistenz und weitere. Ein großes Gebiet der Spezialwerte sind die Sprachkenntnisse. Diese werden von dem Attribut Wissen abgeleitet und vermerkt. Kommen wir zu den Attributen. Der Zahlenwert eines Attributs definiert, wie gut ein Charakter in diesem grundlegenden Bereich ist. Dieser Zahlenwert wird im Allgemeinen als Stufe oder Attributsstufe bezeichnet. Was wir uns merken sollten ist, dass ein Attribut mit der Stufe von 3 als menschlicher Durchschnitt angesehen wird. Attributsstufen können außer in einer Sonderregel niemals einen Wert von 0 haben. Nach oben sind Attribute allerdings in ihrer Höhe unbegrenzt. Auf die Attribute bin ich in dem Video zu den Schnellstarterregeln schon eingegangen, deswegen hier ein bisschen nur Kurzfassung. Attribute sind an den Körper des Charakters gebunden. Diese repräsentieren die Leistung des Körpers des Charakters als Einheit. Sollten sich Attribute in einzelnen Körperzonen von den Werten des übrigen Körpers unterscheiden, so wird ein gerundeter Durchschnitt verwendet. Einzig wenn eine einzelne Körperzone für eine Probe herangezogen werden kann, werden auch nur die Werte dieser Körperzone verwendet. Es gibt insgesamt 5 körperliche Attribute. Diese sind Geschick, Stärke, Konstitution, Beweglichkeit und die Wahrnehmung. Was ist jetzt so ein Attributsdurchschnitt? Die Variation von Attributswerten kann nur auf die körperlichen Attribute wie Geschick, Stärke, Konstitution und Beweglichkeit sowie die 5 Wahrnehmungssinne, woraus sich Wahrnehmung als Attribut zusammensetzt, angewandt werden. Attribute, die auf geistigen Eigenschaften basieren, sind körperübergreifend gleich. Attributswerte jeder Körperzone werden aufaddiert und die Anzahl der Körperzonen geteilt. Das Ergebnis wird gerundet, 0,5 wird automatisch aufgerundet. Bei den körperlichen Attributen Geschick, Stärke, Konstitution und Beweglichkeit würde man somit durch 11 teilen, so viel Finger habe ich jetzt gerade nicht, und die Wahrnehmung zur Ermittlung des Tastsins durch 11, weil diese in jeder Körperzone vorkommen, und im Anschluss mit den übrigen 4 Basissinnen aufaddiert durch 5. Ich weiß, den letzten Passus müsst ihr wahrscheinlich 2 oder 3 mal gucken, bis ihr ihn so komplett verstanden habt, aber eigentlich ist es ganz einfach. Kommen wir zu den geistigen Attributen. Die Attribute sind an die Neuralprojektion, den Geist, des Charakters gebunden. Diese sind Wissen, Charisma und Handwerk. Aber es gibt da ja auch noch diese Sonderattribute. Anders als bei den regulären Attributen starten Sonderattribute bei der Charaktererschaffung mit einem festen Wert, der nicht durch Generierungspunkte direkt gesteigert werden kann. Die Höhe des Startwertes oder die Quelle dieser Information ist bei dem jeweiligen Sonderattribut beschrieben. Zum einen hätten wir da Adrenalin. Durch Adrenalin erhalten die Charaktere eine zweite bzw. verbesserte Chance, falls das Glück mal nicht auf ihrer Seite ist oder sie für eine besonders schwierige Aktion noch etwas mehr Nachdruck benötigen. Jeder Spieler darf selbst wählen, wann er einen Punkt Adrenalin einsetzt. Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass der Charakter sich in einer Stresssituation wie beispielsweise einem Kampf befindet. Es darf entweder nach einer Würfelprobe diese als ungültig deklariert und neu geworfen werden oder vor der Würfelprobe wird der Einsatz von Adrenalin angekündigt. Kündigt man den Gebrauch vorher an, so erhält man für die folgende Probe eine Anzahl von Bonuswürfeln, die der Stufe in Adrenalin entsprechen, aber niemals mehr als fünf. Es dürfen niemals die beiden Einsatzmöglichkeiten von Adrenalin in einer Probe kombiniert werden, also Bonuswürfel plus Wiederholungswürfel. Die Adrenalinstufe gibt außerdem an, wie oft man Adrenalin verwenden darf. Bei einer Adrenalinstufe von drei hat man dreimal die Wahl, ob man einen Würfelwurf wiederholt oder drei Bonuswürfel zu einer folgenden Probe hinzuaddieren möchte. Diese Nutzung von Adrenalin, auch Adrenalin-Pool genannt, füllt sich nach ausgiebiger Erholung, sechs Stunden Schlaf oder Nahrungsaufnahme wieder auf. Während der Charaktererschaffung ist die Stufe in Adrenalin nicht durch Generierungspunkte steigerbar. Der jeweilige Startwert von Adrenalin ist abhängig von der gezielten Spezies und kann unter anderem durch die biologischen Eigenschaften Adrenalinkammern zu Spielbeginn verändert werden. Im Spielverlauf steigert man Adrenalin gemäß der Regeln für Sonderattribute. Und damit sind wir beim zweiten Schmerztoleranz. Jedes Wesen besitzt eine unterschiedlich stark ausgeprägte Schmerzempfindung. Je höher der Wert in Schmerztoleranz ist, desto weniger Schmerzen empfindet der Charakter. Er leidet dadurch weniger Modifikatoren durch Verletzungen und wird erst später bewusstlos. Jeder Punkt in diesem Attribut reduziert die Beeinträchtigungen, die durch Verletzungen und Schmerzen verursacht werden. Es gibt maximal zehn Stufen Schmerztoleranz. Je höher die Stufe, desto höher ist der Schwellwert, ab der der Charakter Mali durch Schaden erleidet. Die Höhe des Schadensschwellwertes beträgt Schmerztoleranz mal 10% der Trefferpunkte des Charakters. Schaden in einer Körperzone erzeugt einen kumulativen Malus von zwei Würfeln, wenn er den Schadensschwellwert übersteigt, sonst nicht. Hierbei wird jede Körperzone einzeln gewertet und die daraus entstehenden Mali aufaddiert. Erleitet man also in seinem Arm und in einem Bein Schaden, der über den Schwellwert von Schmerztoleranz liegt, so erhält man insgesamt vier Würfel Malus auf alle Aktionen. Schmerzt situação! Schmerzt opponents! Z别gibt es, was man etwa braucht noch einen Dresen zu der Schlechtungen? Schmerzteten